Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich hatte ja in der letzten Folge so ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob man es Meckern nennen kann, bezüglich eines Kommentars. Es war ja nur wirklich ein Kommentar. Es kommen immer mal wieder blöde Kommentare. Wie gesagt, wenn die beleidigend sind, lösche ich sie sowieso. Ich wollte euch das eigentlich nur mal erzählt haben, dass wenn ihr Kommentare schreibt, die Kritik beinhalten, das doch vernünftig zu schreiben und nicht beleidigend oder herablassend. Aber dann habt ihr unter das Video wirklich so viele Kommentare bezüglich meiner Stimme geschrieben. Vielen, vielen Dank ihr Lieben. Ich habe mich da riesig drüber gefreut, über so viele liebe Worte. Deswegen habe ich auch nicht jedes einzelne Kommentar dazu beantwortet, sondern dachte, ich mache das jetzt in einer neuen Folge kurz und bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch allen. Das hat sehr gut getan. Ihr Lieben, heute stelle ich euch einen Fall vor, mit dem wir jetzt auch gleich beginnen werden, den mit Sicherheit viele von euch kennen, weil er auch noch nicht lange her ist, als er bei Aktenzeichen XY gezeigt wurde. Viele von euch gucken die Sendung ja auch genauso wie ich. Und dieser Fall ist mir wirklich sehr, 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 sehr ans Herz gegangen und sehr nahe gegangen und hat mich unglaublich wütend gemacht, muss man dazu auch noch sagen. Es geht da um die Attacke an Christoph Bullwin, die Spritzenattacke, die er in Hannover erlebt hat und die leider ja auch an Folgen dessen gestorben ist. Jetzt erinnern sich vielleicht schon einige an die Folge. Die ist noch nicht lange her und es gibt leider außer dem XY-Bericht wenig Presseartikel und in den Presseartikeln steht dann eigentlich genau dasselbe, was auch in der Folge vorgekommen ist. Deswegen kann ich euch kaum etwas Neues berichten. Ich habe einen einzigen Artikel aus früheren Zeiten, aus 2013 gefunden, wo es um die Einstellung dieses Verfahrens ging. Dazu komme ich gleich auch noch mal dann kurz. Ja, falls ihr dann noch irgendwie Links für mich habt, die von früheren Zeiten sind, zu dem Zeitpunkt, wo er eben auch verstorben ist oder in dem Jahr, wo der Angriff war, dürft ihr mir das sehr gerne mal zusenden. Aber ich habe leider nicht mehr Informationen großartig. Ich finde es aber so, so, so wichtig, dass wir diesen Fall nicht in Vergessenheit geraten lassen. Und deswegen würde ich sagen, beginnen wir dann jetzt auch mit dem Fall, mit der Spritzenattacke an Christoph Bullwin. Christoph Bullwin war 40 Jahre alt im Jahr 2011 und hatte am 19. Mai Geburtstag. Er hatte zwei Kinder und war verheiratet. Es soll eigentlich wohl auch eine sehr glückliche Ehe gewesen sein. Er lebte im Landkreis Zelle. Das ist so das, was man überhaupt über sein Privatleben erfahren hat. Beruflich hat er als Softwareentwickler und Datenbankadministrator bei der Industriegewerkschaft für Bergbau, Chemie und Energie, kurz IG BCE in Hannover im Stadtteil Kallenberger Neustadt, gearbeitet. An diesem 15. Juli 2011 ging Christoph ganz normal zur Arbeit und freute sich bestimmt schon auf das kommende Wochenende. Gegen 15.55 Uhr verlässt er seine Arbeitsstelle über den Hinterausgang in der Fischerstraße. Ein Mann steht auf der anderen Straßenseite an einem Haus und wartet scheinbar auf irgendetwas. Als Christoph dann in Sichtweite von ihm erscheint, wechselt der unbekannte Mann die Straßenseite und geht hinter Christoph her. Er hat einen großen schwarzen Stockregenschirm dabei und auf einmal merkt Christoph, dass ihn etwas in seine linke Gesäßtasche gestochen hat. Er läuft dann auch dem unbekannten Mann hinterher, der in dieser Situation so tat, als sei doch gar nichts passiert. Aber Christoph sieht dann, dass an diesem Stockregenschirm eine Spritze befestigt war, wirklich wie in einem schlechten Film. Er reißt die Spritze dann von dem schwarzen Regenschirm ab und wählt den Notruf der Polizei oder dem Rettungsdienst, das weiß ich jetzt nicht so genau. Auch versucht er den unbekannten Täter noch zu finden, jedoch ist dieser mittlerweile außer Sichtweite. Aus Angst, was in der Spritze gewesen ist, fährt Christoph Bullwin ins Krankenhaus. Zuerst geht es ihm aber ganz gut, so wie sonst auch ganz normal. Die Polizei beschlagnahmt die Spritze aber, um sie auf Drogen zu untersuchen, zumindest erstmal zu diesem Zeitpunkt. Drogen schloss man allerdings relativ schnell aus, da Christoph Bullwin diese eigentlich schon deutlich in seinem Körper spüren müsste. Aus Angst, sich aber über die Spritze eventuell mit dem HIV-Virus angesteckt zu haben, nahm er prophylaktisch ein Medikament dagegen ein, was aber leider zu sehr unschönen Nebenwirkungen bei ihm führte und das hat er wohl auch ziemlich schnell wieder abgesetzt. Zwei Tage nach der Attacke mit der Spritze hat die Polizei noch kein Ergebnis vorlegen können, was in dieser Spritze gewesen sein könnte. Noch war Christoph auch nicht beunruhigt, ihm ging es weiterhin gut und das Wochenende war dazwischen, was die Laboruntersuchung sowieso verlängerte. Eine Woche später geht es Christoph Bullwin allerdings schlechter. Ihm ist sehr übel und er ist extrem schlapp und hat Kopfschmerzen. Die HIV-Medikamente hatte er aber ja sehr schnell wieder abgesetzt. Einen Tag darauf, am 23. Juli 2011, entschied er sich dann doch, das Krankenhaus nochmal aufzusuchen, da sein Zustand unverändert war. Das Blutbild zeigte erhöhte Entzündungswerte. Etwas in Bullwins Körper kämpft, nur gegen was der Körper kämpft, ist immer noch unklar. Die Ärzte von Christoph Bullwin nehmen die Situation und seine Symptome mittlerweile sehr ernst und behalten ihn jetzt auch länger im Krankenhaus, um viele Tests und Untersuchungen mit ihm durchzuführen. Aber noch immer können die Ärzte nicht erkennen, was mit ihm los ist. Und gerade die Tatsache, dass man eben nicht weiß, was diese Situation, den Gesundheitszustand von Christoph Bullwin so sehr ins Schlechte zieht, nimmt ihm das natürlich kostbare Zeit. Mittlerweile nämlich baut er immer weiter und weiter ab und seine Haut juckt ihm extrem. Er hat überall Ausschläge, die brennen und die Ärzte scheinen eben weiter ratlos zu sein. Aber er baut dann irgendwann so ab, dass sie entscheiden, Ende August 2011 ihn ins künstliche Koma zu verlegen. Mittlerweile sind sich Kripo und auch Ärzte einig, dass es ein Anschlag auf ihn war und es ein versuchtes Tötungsdelikt ist. Die Mordkommission übernimmt von nun an den Fall. Zwei Monate also nach diesem Spritzenanschlag, so nenne ich das jetzt mal, weiß man endlich, was in der Spritze gewesen ist, nämlich Quecksilber. Jeder Mensch hat das minimal im Blut, aber natürlich in veränderter Form, wie Christoph Bullwin das gespritzt bekommen hat. Seine Werte lagen auch über 4000 und waren viel, viel zu hoch, wie das ein normaler Mensch eben im Körper trägt. Und sein Körper wurde, bis das herausgefunden wurde, so stark geschädigt, dass irreparable Schäden natürlich geblieben sind. Und das heißt, man konnte den Zustand von ihm nicht mehr retten, den er jetzt eben schon erlitten hat. Körper und Geist waren da so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden und wenn Bullwin dies überlebt, was man ja damals noch nicht wusste, würde er ein schwerer Pflegefall bleiben. Das war natürlich auch ein großer Schock für seine Ehefrau und seine Kinder. Leider musste Christoph dann auch ins Pflegeheim kommen und stirbt dort an einem epileptischen Anfall. Zehn Monate nach der absolut schrecklichen Tat und er starb dann letztendlich am 9. Mai 2012. Das ist das Todesdatum. Die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen und das Ganze wurde viel zu spät ja erkannt, wie ich eben schon mal sagte. Und bei der späteren Obduktion von Christoph Bullwin wurde festgestellt, welche Art von Quecksilber das genau gewesen ist. Das ist eben nicht diese Form, die man minimal als Mensch sowieso im Körper trägt, sondern das war eine hochtoxische, also hochgiftige Form von Quecksilber, das sogenannte Dimethyl-Quecksilber. Ich habe hier auch mal einen kleinen Auszug darüber von Wikipedia für euch, was ich euch gerne einmal kurz vorlesen würde. Dimethyl-Quecksilber ist eine außerordentlich giftige Organ-Metall-Verbindung des Quecksilbers, das als starkes Nervengift gilt und die Dämpfe riechen stark süßlich. Das Einatmen der Dämpfe hat bereits eine starke Vergiftung zur Folge. Und auch gibt Frau Leonard von der Kripo Hannover an, dass man diese spezielle Art des Quecksilbers nicht einfach so herstellen kann. Der Täter, sollte er ganz alleine agiert haben, muss ein hohes Maß an Know-how gehabt haben. Er muss sich also auskennen mit der Herstellung dieser Stoffe. Nach dieser Tat suchte die Polizei natürlich auch Zeugen und befragte Anwohner. Eine Frau, die regelmäßig mit ihrem Hund in der Nähe von Christoph Bullwins ehemaligen Arbeitsplatz spazieren ging, sagte aus, dass sie häufiger einen hageren Mann dort gesehen habe. Einmal sprach er sie sogar an, weshalb ihr Hund dort urinierte. Er soll zwischen 40 und 50 gewesen sein, 1,75 bis 1,85 groß. Sehr schlanke Statur mit ausgeprägten Wangenknochen. Damals hatte er sehr trockene, pockennarbige Haut, wie nach einer überstandenen Akne. Auch soll er sonnengebräunte Haut gehabt haben, vielleicht aus dem Solarium. Er soll kurze, donkelblonde oder hellbraune Haare gehabt haben und Deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben. Am Tag des Anschlags soll er auch ein Pflaster, also ein beigefarbenes, auf der Wange getragen haben, hellblaue Jeans angehabt haben, eine schwarze glänzende Jacke, möglicherweise eine Lederjacke und eine Sonnenbrille und ein dunkles Basecap angehabt haben. Ich habe euch bei YouTube und stelle das auch nochmal auf Instagram ein, ein Beispielfoto vom ZDF eingestellt, wie er ausgesehen haben soll und auch von der Spritze und all dem anderen, damit ihr euch das auch mal anschauen könnt. Ich habe das jetzt auch nur so detailliert vorgelesen, weil kein Phantombild existiert. Ich habe zumindest keins ausfindig machen können. Daher eben dann so die Beschreibung für euch. Und auch Christoph Bullwin muss den Täter ja so beschrieben haben, als er es noch konnte und auch noch ein paar andere Zeugen. Also es war, glaube ich, jetzt nicht nur die Frau und Christoph Bullwin, sondern noch andere Leute. Der Mann soll sich nämlich häufiger da in diesem Gebiet eben aufgehalten haben. Nun fragt sich natürlich die Kripo und auch viele andere Menschen, die dieser Fall sehr bewegt hat, nach dem Motiv für diese grausame Tat. Hat der Täter eventuell Ärger mit dem Arbeitgeber von Christoph Bullwin gehabt? Ging es gegen ihn selbst als Person, er soll eigentlich ein unauffälliges Leben geführt haben? Wurde er vielleicht sogar verwechselt? So viele Fragen, aber keine Antworten leider. Es kann natürlich auch ein Täter gewesen sein, der Spaß daran hatte, jemanden zu quälen. Er war ja auch gut vorbereitet mit dem Regenschirm, den er extra so vorbereitet hatte. Und die Quecksilberherstellung, die man nicht einfach so herstellen konnte, da muss sich jemand wirklich schon sehr große Gedanken gemacht haben. Oder was auch immer jemand dazu treibt, sowas zu tun. Und auch Rudi Zerne war von der Tat sehr geschockt, der Moderator ja von Aktenzeichen XY. Das ist in Deutschland wohl einmalig, diese Tat. Es gab zwar in Bielefeld mal den sogenannten Pausenbrotkiller, jedoch findet man dazu keinen Zusammenhang zu dem, was da in Bielefeld passiert ist, mit der Tat an Christoph Bullwin, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Falls ihr über den Pausenbrotkiller, der ist mittlerweile auch verurteilt, mal eine Folge wünscht, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder bei Instagram oder wo auch immer. Nach der Folge über Christoph Bullwin herrschte auch bei vielen Menschen, auch bei mir, absolute Fassungslosigkeit, als ich den Fall gesehen habe, wie grausam wirklich jemand handeln konnte. Und die Resonanz war deswegen an Hinweisen zu dem Fall auch extrem hoch, so Alfred Hettmar noch in der Sendung. Zwei Hinweise seien dabei gewesen, die sehr, sehr vielversprechend sein sollen. Es wurden Namen und Adressen genannt. Zwei Tage nach Ausstrahlung der Sendung teilte man auf Anfrage von Fokus mit, dass Hinweise im unteren zweistelligen Bereich dabei gewesen sind. Man hoffe aber weiter auf neue Hinweise. Nun ist die Sendung ja auch noch nicht wirklich lange her, sodass es vielleicht noch etwas Hoffnung gibt, den Fall zu lösen. Andererseits frage ich mich selber aber auch, wieso man damit ganze elf Jahre gewartet hat, den Täter zu fassen. Ich habe einen einzigen Bericht, hatte ich ganz am Anfang ja erwähnt, aus dem Jahr 2013 gefunden und gelesen. Und dort stellte man nach zwei Jahren die Ermittlungen ein. Es gab einfach keine Ermittlungsansätze mehr, sodass die Staatsanwaltschaft Hannover das dann eben eingestellt hat. Und damals hieß es in dem Bericht, sollte sich an der Spurenlage etwas ändern, könnte man die Ermittlungen natürlich jederzeit wieder aufnehmen, so die Staatsanwaltschaft. Also entweder hat die Kripo jetzt den Fall wirklich neu aufgerollt, um ihn endlich klären zu können. Manchmal ist das ja so, die holen dann alte Akten raus und gehen dann nochmal in die Öffentlichkeit, um den Fall irgendwie zu klären. Aber vielleicht war das auch ein Versuch, einen schon verdächtigen Täter dingfest machen zu können. Immerhin legte man ja erst vor neun Jahren die Akte zur Seite und hat sich damit ja scheinbar nicht mehr großartig befasst. Und manchmal ist es ja so, dass man dann jemanden in Verdacht hat, aber mehr Hinweise dafür braucht, um denjenigen verurteilen zu können. Ehrlich gesagt hoffe ich das in dem Fall. Aber wir werden mal schauen, was dabei rauskommt. Das ist vielleicht auch nur meine leise Hoffnung. Aber wünschen würde ich es mir ganz besonders in dem Fall, weil das ist so, so schrecklich. Man hat ja nur diese Nachstellung bei XY gesehen. Aber wenn ich mir vorstelle, was dieser Mann durchlitten hat und anfangs gedacht hat, ach, nach zwei, drei Tagen, ich fühle mich fit, mir kann nichts passieren. Aber das musste ja erst mal im Körper wirken. Und dann stirbst du irgendwann daran und du hast vermutlich nichts in deinem Leben verbrochen, zumindest nichts bekannt darüber, dass er mit irgendjemandem Ärger hatte. Allerdings sucht die Polizei auch immer noch nach Bekanntschaften von Christoph Bullwin, die vielleicht eine Aussage machen könnten, die die Polizei noch nicht kennt. Aber ich finde es einfach so grausam, dass da scheinbar wirklich ein Mensch zu Tode gekommen ist, ganz, ganz grausam auch zu Tode gekommen ist, der wahrscheinlich nichts in seinem Leben verbrochen hat. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht wirklich mit der Firma, in der Christoph Bullwin gearbeitet hat, mit dem Arbeitgeber eventuell auch zu tun gehabt haben könnte. Und da sich ja vermutlich viele von euch an den Fall erinnern können, würde mich besonders mal in dieser Folge eure Meinung dazu interessieren, was ihr meint, was das Motiv für diese wirklich grausame Tat gewesen sein könnte. Da bin ich wirklich mal so, so gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja auch noch irgendeinen Ansatz, wo ich noch gar nicht dran gedacht habe. Vielleicht könnt ihr den sogar der Polizei mitteilen, weil ich denke, alles, was man da vielleicht noch zu sagen hat, was vielleicht noch wichtig ist, könnte ein neuer Ansatz sein in diesen Ermittlungen. Ja, ich würde mich einfach sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar dazu da lasst, was für euch als Motiv in Frage kommt. Dann können wir uns wieder ein bisschen untereinander austauschen. Das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön, muss ich sagen, dass man vielleicht nochmal auf andere Ansätze auch kommt. Ja, meine Lieben, das war jetzt heute die Folge über den grausamen Mord an Christoph Bullwin. Mal was ganz anderes, finde ich auch. Sonst suchen wir immer nach einer Leiche oder nach einer vermissten Person. Aber hier konnte man eigentlich nur so den Niedergang der Gesundheit, nenne ich es jetzt mal, von Christoph Bullwin beschreiben, weil vorher ja nichts passiert ist, was man großartig erzählen könnte. Ja, aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zuhören und sage bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia.